so freunde wir stehen jetzt hier vor dem airfield immer noch bei breaking point ich weiß jetzt nicht ob das spieler sich aufhalten wir haben auf jeden fall keine schüsse gehört oder ähnliches wir haben gerade zwar welche abgelassen aber wir wollen natürlich unser loot wieder haben wenn dann wenn das da noch liegt genau ich habe zwar vorhin auch eine currywurst abgelassen aber sonst currywurst hast du aber ja lecker da vorne ist der tower da läuft ein zombie rum wir sehen uns das erstmal diesmal ein bisschen an hier sagen wir laufen direkt nach vorne zum tower oder ja der zombie der lässt uns aber na komm wir laufen an den zombie vorbei ich glaube ich habe da gibt es halt mega loot ich glaube hier die wand entlang dann rechts rein ok da ist direkt der tower dann doch viel lang ich gucke mal ein bisschen über die map über die mauer ob da überhaupt ich da jemand erkennen kann da sind überall kartons vor der sich übrigens noch die stadt ja stimmt konnte jetzt nichts erkennen da hinten noch eine rauchwolke im hangar vielleicht ich weiß es nicht da sind wieder neue containe siehst du das ja lass die in ruhe erstmal erstmal waffen jetzt alles um die hangar der spieler sind jetzt ein baum drin gefällt pass auf alter nehmen lieber mit gezückte waffe da rein gleich hinweg ich habe gezückte waffe wie hoch ist die hoch ich glitsche wieder an der gleichen stelle fest wie in der letzten folge findest du hier was ist da was denn ne akk 47 aber ohne money ich habe eine alte dennis zombies ah mach was wir müssen hier raus du musst ihn töten ich brauch mal eine andere waffe wieder der kommt wieder ja 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 okay ich hab sie raus 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 boah okay schnell rüber müssen auch noch alter jeder ein konnte er hangar ja oh man boah unsere leichen sind leider weg leider weiße aber die wobei einer akk 47 ist auch jetzt nicht hast du da denn jetzt money für ja ja schüsse hast du dir auch gehört was ist denn ein netting material netting was ist netting ich glaube netten oder sowas er ist ein reifen das zylinder wo viel zombies da gerade hinkommen okay ich nehme wieder meine macken auf wieso habe ich keine money dafür ich habe keine money für ich glaube die zombies sind einfach mal hier rum pass auf gerütt du kriegst ganz viel besuch jetzt gerade du von schüsse gehört ich höre die schüsse ja immer noch siehst du ne ich habe ich wollte nur ich habe gerade geguckt ob ich schießen kann okay nicht schießen kann keine mehr nicht schießen ich komme zu dir ich sehe dich ja das ist ja eh markiert hat er den arme wieder hast du schon gelootet ja 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 so wie man den hangar gegenüber wieder go 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 links und rechts gucken ja der beste spot ist eben echt alter war da oben im turmgarten boah ich dachte wer ein spieler gewesen da hinten könnte man sich jetzt so krass langlegen ja wenn man in der sniper ja ja vielleicht tut es ja jemand man weiß es ja nicht aber bisher leben wir noch ja da läuft ein zombie rein auf dem container bei jeder ein wieder du den vorderen nicht den hinteren motor ich habe die toolbox habe ich auch wir kommen ab jetzt mal in die militärbasis selber rein da liegen ja da standen ja ganz viele container offen ja auch noch jeden fall wieder was zu essen und zu trinken das wäre nicht schlecht immer umgucken mit dem spieler also sobald ich eine andere waffe finde wechsel ich auch die waffe ey shotgun ist echt kann man da vielleicht rein ich habe keinen platz mehr im inventar ich habe keinen platz mehr im inventar hier gibt es dings im zelt ganz viel zeugs hier kannst du meinen rucksack holen gehen kommen hier bitte ja ich hänge hier fest ok ich habe eine ak mit money wo bist du bleib beim rucksack nein 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 fuck 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 ich muss raus helft mir nicht schießen alter nee nee boah backt das boah wie viele komm komm die holen wir uns jetzt alle kommen nur nicht selber gegenseitig schlagen ok alter komm noch zwei warte ja warte die kannst du ja die laufen woanders hin das aber nicht so gut wo ist der rucksack wo ist der rucksack hier in der ersten in der zweiten da sind guck mal hier durch da sind so kisten ah ja ich sehe es ah jo ah ich habe auch einen activity rucksack ja cool kann ich jetzt mal einen anderen aufmachen warte mal dann muss ich den loot erstmal wieder hinschmeißen painkillers so super alter ich habe jetzt ich habe jetzt eine ak wie du mit money und eine neue pistole ok jetzt brauchen wir das zeug für ein zelt äh für's zelt war hier sonst noch was das war die montage ok raus boah hier liegen auch noch ne shotgun und alles aber ja ja komm ich guck mal ob hier noch eine ist zombies zombies kommt her ihr kleinen schnitzel mhm lecker pass auf eigentlich müssen wir mal probieren dass wir die zombies häuten oder dass wir dann das fleisch mitnehmen weißt du das ist aber infected ja wenn wir das brennen ja das ist eine gute idee dann mach mal guck mal ich kann die deckung ne ich kann das nicht bei je ich kann das nicht bei allen machen ich kann das glaub ich hab ich konnte das bis jetzt gib mal deckung pass auf da kommt einer ja ja von hinten auch noch einer boah die geräusche hab ich alles klar alter schwede ich habe jemand nachladen hören das war ich ok ich hole meine aber hier liegt nichts warte mal inventar ich hole meine ak raus ah ja ich habe infected meal ok zwei stück das probieren wir dann boah geil jetzt haben wir beide eine ak hier drin guck mal wie viele kisten hier sind alter sonst keine baracken mehr doch da ist nochmal eine baracke small wooden pallet ok ich habe das ganze zeug mal mitgenommen ich gehe mal in die baracken rein wollen wir noch mal versuchen in den tower rein warte ich gehe kurz in die baracken rein ja ich gehe mit dann lass mich durch dann gehe ich die weitere die weiteren räume gucken hier liegt eine kleine kiste und eine große sportspack gott sei dank ist er größer ich meine der ist größer boah krass was denn eine m4a3 assault rifle dann nehme ich die mit ok juri kannst du mal die zombies hinter mir abschlachten ja ich bin ja gerade Loot am rauspacken äh ich muss eben meine Waffe rausholen warte hier ist eh noch keiner hier ist noch keiner drin ah ne sportspack ist sogar kleiner glaube ich warte mal hier ist eine hk 416 rifle wenn ihr die haben willst ja ich komme sofort ah fuck das ist der ist kleiner oh man was ist der größte rucksack ich glaube combat oder ja der combat ist glaube ich der größte rucksack obwohl der kleiner aussieht hier warte ich lad mir das hier alles wieder ich höre jemand rennen glaube ich oder sind das die zombies aber die kommen alle dennis mach hinne ja 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 ich 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 oh ich muss den motor wegschmeißen so ich loote noch die eine kiste hast du das? ja boah hier ist alter was denn das für eine waffe ne hk mvp nehm mit ganz viel munition ich glaube hier sind leute ich bin mir nicht so sicher ich habe munition für die waffe ja gut 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 ich habe jetzt so eine m4 so eine m4 ähnliche waffe von daisy ich habe so eine art wie so eine uzi ja ja nein oh ich bin tot what the fuck wer war denn das? ich bin tot wer war denn das? alter alter geil das gibt's doch nicht oh man ey wir sind zu leicht sinnig gewesen wieder wir vergessen das immer wieder dass das spiel knallhart sein kann obwohl ich geguckt habe wo war der denn? du wurdest von der seite angeschossen ich wusste ich habe schritte gehört oh man ey wir müssen vorsichtiger werden ja eindeutig das sage ich seit ein paar folgen schon aber du denkst immer okay noch in den baracken noch in die baracken wir sind einfach zu geizig in der hinsicht ja fuck alter oh man hoffentlich werden wir nebeneinander gespawnt oh krass aber das gute ist dass die Sachen immer neu spawnen ja wir können mal wir gehen mal gleich du bekommst jetzt gleich so ein Auswahlbildschirm für das Buddy System dann drücken wir mal da hab ich schon weggeklickt ach so ok Herr Curry wo bist du? das frage ich mich auch wo bist du? siehst du das Airfield noch markiert? ja wieviel Kilometer? 3,2 3,5 bist du an der Küste? ja siehst du ähm da hinten eine Rauchwolke eine Rauchwolke eine Rauchwolke kann ich jetzt grad nicht erkennen hey warte mal bleibt mal da stehen ich weiß aber wo die Feuerwehrstation ist wo wir uns vorhin getroffen haben bleibt da stehen bleibt da stehen ich komme zu dir kann sein dass ich weiß wo du bist meinst du welcher auch bei dir ein Staudamm ist bei dir ein Staudamm? ja in der Nähe lauf mal zum Staudamm ne lauf mal zur Küste ich glaube ich weiß welche Rauchwolke du meinst auf der anderen Seite der Insel ne? ja die sehe ich jetzt an der Küste rechts daneben sind Kräne ne? achso die meinst du? wir sind aber glaube ich an derselben Küste siehst du den Staudamm? ja ich stehe links von dem Staudamm dann komm ich da jetzt hin ich bin gleich da alter ich stehe aber auch zum Staudamm wir müssen einfach besser absichern wenn wir gucken ja einer sich da draußen ab und einer ah fuck ich hab mich halt nur auf die Zombies grad konzentriert und dann zack war ich schon weg ja man vergisst aber auch dass wir nur zu zweien unterwegs sind ja aber man hat ja jetzt gesehen wie schnell man wieder eigentlich an Loot kommen kann wenn man weiß wo man lang muss so langsam kennen wir ja auch die Karte jetzt ich bin am Staudamm bist du da oben bist du auf dem Staudamm? ne ne ich bin ja die Spieler nämlich lang ich bin nur einem wanderten Kopf mh die Rauchwolke bewegt sich hä? was denn? bei mir bewegt sich die Rauchwolke weg wie? ne die hat sich aufgelöst ja ich denke mal die Autos haben jetzt aufgehört zu brennen oh nein ich bin ganz woanders ok wir treffen uns wieder am Airfield wir machen jetzt mal ein Folgenpäuschen hier schwimme gerade alle und werden in der nächsten Folge mal die Schnee Version der Karte zeigen und da wird es nochmal richtig kniffliger also bis dahin liebe Freunde und äh schöne Grüße an Curry der gerade im Wasser ist ja rücken uns den Daumen dass wir es diesmal länger packen bis dahin bye bye ciao oh 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 zehn peinc vegetables bis mit Untertitelung des ZDF, 2020